Willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood, drücke A um die Datei zu starten. Alle Fortschritte seit dem letzten Checkpoint gehen verloren, ja ja ja, okay. Virtualist Training, verbessern Sie Ihre Fähigkeiten beim Training. Wir sind auch so gut genug. Was passiert nun? Oh mein Gott. Was bist du? Was geschieht hier? Vor allem, was bist du? Okay. Ah. Hm. Wo führt das mich nur hin? Und das coole ist, ich kenn das alles noch gar nicht. Alter und hier, die Spiegelung. Also klettere ich wirklich hier irgendwo hoch? Sehr cool. Wo führt das mich nur hin? Irgendwo nach oben. Hm. Der Hintergrund ist immer der gleiche. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da ich nicht hochkletter. öffne dich. Achso. Achso. Ich habe Angst. Checkpoint. Du. 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 Düt. Du. Alter, wie geil. Irgendwie verstehe ich das nicht. Ah, individueller Weg hier. Mit nichts drauf. Hm. Dann nochmal nach oben. Alles gibt einen individuellen Weg. Dann nehme ich jetzt das hier. Wieder nach hier oben. Und jetzt habe ich hier ein... Oh. Jetzt hatte ich kurze Zeit. Ein bisschen lösches. Und dann geht es hier nicht weiter. Okay. Oh. Ähm. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang soll. Ah, okay. Gut, dann gehe ich hier nochmal zurück. Hm. Da geht es... Hier geht es wieder runter. Und hier geht es nicht lang. Ne, ich glaube, dann gehe ich jetzt hier wo ganz anders lang. Hm. Gut, dann folge ich jetzt erstmal wieder dem Weg. Ich glaube, ich bin jetzt weiter nach hinten gerutscht. Komm schon, du schaffst das. Genau, und hier ist dann die Stelle. Hä? Hier geht es nicht weiter. Aber wieso? Muss ich etwa hier lang? Aber hier oben... Was soll ich hier oben? Soll ich runterfallen? Was soll ich tun? Jetzt mal ehrlich, was soll ich tun? Ich kann an der einen Stelle nicht mehr hochklettern. Dann gehe ich einfach nochmal zurück. Wieso geht es hier nicht mehr hoch? Habe ich das gerade bewegt? Ne. Es sah gerade nur so aus. Ich verstehe es nicht. Ich mache jetzt vielleicht den Moment kaputt. Ah, scheiße. Ich kann hier nicht raus. Aber ich komme hier nicht hoch. Jetzt die Musik auch weg. Das will ich nicht. Ich will die Musik nicht weg haben. Ist sie jetzt wieder da? Ne. Schade. Oh no. Ja, und dann kommen hier die Sachen. Dann... Vielleicht irgendwie zur Seite... ...klettern. Oder nach unten. Auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Spring einfach. Hm. Das war es wohl auch nicht. Ne. Finkt ihr euch das Gefühl, dass das hier gerade ein bisschen verpackt ist? Weil da ist jetzt auch so ein Griff. Spring ich einfach nochmal runter. Und da hinten sind auch immer noch die Sachen zum Abholen. Mir fehlt nämlich noch eine Sache. Geht doch. Nicht. Und nochmal. Ey, was ist denn das? Und so langsam wird auch die Zeit knapp. Ja. Gut so. Das hier fehlt mir glaube ich noch. So, auf ein neues. Ah, und jetzt wird es mir auch als Quest angezeigt. Ah. Geht doch. Und nun? Ah. Perfekt. Und ich dachte jetzt, ich muss jetzt hier irgendwie eine Scheiß abbrechen oder so. Das hätte mich richtig angekotzt. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass ich im Kreis laufe. Wie ist das? Kompiliere Subsystem. Infrastruktur. Wie ist das? Sehnen. Herz. Stimme. Subjekt 16? Ja. Ja. Subjekt 17. Du bist tot. Ich sah dein Blut. Keine Zeit. Es ist viel später, als du denkst. Zu spät, um sie zu retten. Wen? Sie ist nicht die, für die du sie hältst. Alles, was du erreichen willst. Alles, was dir wichtig ist. Es ist schon verloren. Erklär es. Bitte. Eden. Sie. In Eden. Finde Eva. Den Schlüssel. Ihre DNA. Sprich. Ich kann nicht. Die Sonne. Dein Sohn. Zu schwach. Muss Energie auffrischen. Geh nicht. Ich bin bis zum Ende bei dir. Finde mich in der Dunkelheit. Oh mein Gott. Wir sollen Eva finden. Ein Schlüssel. Aber wo finden wir diesen Schlüssel? Und wieso fällt der da so gay runter? Ja. Oh. Wir hatten Angst um dich. Ich bin hier. Ich sah 16, glaube ich. Nicht zu schnell aufstehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich passiert ist. War es ein Traum? Tja, was immer es war, es ist weg. Diese defekten Erinnerungen werden klarer. Der Animus reagiert wieder normal. Erstaunlich. Mach eine Pause, bevor du wieder reingehst. Die Sequenz repariert sich selbst, als ob wir dir helfen, ein psychologisches Trauma zu verarbeiten. Dann werde ich nach alledem viel ausgeglichener sein? Oh, das weiß ich nicht. Aber die Idee ist cool. Sagst du das, weil du dich schuldig fühlst, dein Hirn gegrillt zu haben? Mach dir keine Sorgen. Sean kriegt Toilettendienst. Okay. Okay. Wenn du soweit bist. Ja, klar hältst du es für ihr, Kommunisten. Okay. Da hat er auch, glaube ich, gerade ein bisschen rumgebackt. Oh. Der läuft ja schon heiß. Oh. Yeah. Ja. Okay. Ja, die sind so, damit es so ein bisschen menschlicher wird. Ähm, okay. Dann gehen wir mal wieder rein. Start, klar. Und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.